Liebe Läuferinnen und Läufer, heute frisch eingetroffen der Prux Adrenalin GTS 21. Das heißt, das ist schon der 21. Jahrgang dieses Modells. Viele kennen ihn oder auch die Vorgängermodelle mit Pronationsstütze und sehr angenehmer Vorfuß- und Fersendämpfung. Für eine große Zielgruppe ein sehr guter Trainingsschuh. Dann das Herrenmodell haben wir jetzt hier im Bild auch optisch sehr gut gelungen. Weitere Farben sind aber auch immer in der Nachorder möglich. Das Geschäft ist ja bekanntlich immer noch in der Schließung. Wir hoffen, dass ab 15. Februar wieder geöffnet werden darf. Da sind wir natürlich gespannt, was die Politik da als nächstes wieder beschließt. Muss nicht jeder die Maßnahmen verstehen. Wir machen das Beste draus. Laufschuhübergabe nach Terminvereinbarung an der Ladentür oder auch draußen verschiedene Treffen 1 zu 1. Und Beratungen bezüglich Trainingsfragen oder auch Laufschuhe sind auch möglich im Einzeltraining nach Vereinbarung. Da können wir uns bei euch vor Ort oder hier in Morbach im Wald oder am Sportplatz oder an der Mosel hatte ich auch schon ein Treffen gehabt. Da können wir sehr gut eine Einzelbetreuung machen. Dann wünsche ich euch jetzt noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns. Schreibt mir eine E-Mail koch.ausdauer-team.de oder über die Webseite www.ausdauer-team.de. Seht ihr auch das Festnetz mit dem Anrufbeantworter derzeit. Und einige kennen auch meine Handynummer. Dann alles Gute und bald starten wir wieder voll durch.